Hey YouTube, what followed New Vegas? Und wir gehen in die falsche Richtung? Natürlich! Wie sollte es auch anders sein? Sieh mal an, wer hier ist. So, ich suche noch immer die Holo. Okay, wenn du schon da bist, gehe ich zu dir. Aha, 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 that's the way, aha, I like it. Was könnte hier unten drin sein? Okay, nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Ich muss vorsichtig... Muss ich hier überhaupt hin? Wer bist du? Okay, das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir. Ich muss... Oh man, ich kann nicht mal einen Pfeil auf der Karte erfolgen, ohne Probleme. Die Stimme ist auch weg. Ein Teil von Mr. Garzi. Wunderbar. Großartig. Wusste ich. Ich wollte es ja mal nicht spannend machen. Komm ich jetzt hier nicht rauf, oder? Doch, komm ich. Aber es war sowieso umsonst. Was zur Hölle? Hier unten. What? What? Redest du mit mir, Skorpion? Au. Das glaub ich schon. Bleib hier, bleib hier. Okay. Magneto-Hydraulik-Komplex. Eine Blechdose. Wo ist denn der Sepp? Oh, es sind mehrere Sepps. Oh. Oh. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Geh. Da. Maus. Waffen. Kon. Was habe ich denn noch bekommen von den Typen? Eine Cyberhundpistole. Boh. Oh, bau, bau. Was ist denn das für eine Waffe? stunden später stufenaufstieg gott sei dank ich habe nämlich keine ahnung aber das ist nichts neues reparieren ich weiß überhaupt nicht mehr was ich hier nehmen moment 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 aus so viele stopp oh mein gott okay dann fahren wir ganz andere sachen hier auf ganz andere sachen ja dankeschön war okay gott 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 die haben nichts für mich drinnen richtig richtig was geht denn hier ab jetzt lasst mich mal in ruhe moment 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 ja 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 das glaube ich nicht mein freund ja toll ok mal sehen wie das hier so ankommt ja kappa 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 das ist wunderbar ich mache all deine roboter kaputt ist mir völlig bewusst keine gnade so hätten wir das erledigt wunderschön hier wunderschön mein mikro ja nämlich nicht trinke ich auch nicht verzeihung atomgerät was haben wir denn hier alles gut 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 ach komm hau ab mit den pümpeln zielstrebig zu den patronen Ich sehe ja hinten. Hinten. Ja, hier ist noch etwas. Naja. Hat sich ja... ...richtig ausgezahlt. Hier, warte, 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 warte. Überraschung. Ach, scheiß Verklemmbretter hier. Nichts. 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 Akten-Schränke. Wieder die Zigaretten in den Akten-Schränken. Okay. Gib mir! Oh, Mann. Fuck it. Kamera? No. Die habe ich schon, oder? Ja, genau. Die grandiose Kaffee-Kasse. Kann es sein? Kann es sein? Kann es... Oh. Oh. Oh, oh. Aha! Potten... Pfff. Pfff. No. Lasse mich. Ah! Hm. Gib mir! Ja! 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 Ah! Gott sei Dank! Ihr Priesen sei! Abgeschlossen! Ich habe die Module... Oh, Gott. Finden Sie die vielen Module für die... Äh... Lichtschalter und die Jukebox. Oh, Mann. Zigaretten. Ah, okay. Korken. Gut. Moment. Ah... Benutze ich doch nie. Das brauche ich unbedingt. Zigaretten. Ne, New Colors. Gut. Gut. All right. Dankeschön. Die Musik macht mich aggressiv. Aber irgendwie macht mich hier jede Musik aggressiv. Ah, ah, ah. Hierhin. Das habe ich schon geöffnet. Okay, danke. Das Schnapsglas, genau. Gut. Wir haben etwas gefunden. Ich habe etwas gelöst. Ich habe etwas gelöst. Tatsächlich. Tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Wer hätte das gedacht? Okay, Aufgaben. Am Marsch der Welt. In der Antennenanlage, wo ich... Okay. Okay. Wo ich ja anscheinend... Ne? Schon war, ne? Ich hoffe, dieser Job ist verdammt wichtig. Okay. Ich habe nicht gespeichert bis jetzt. Wenn ich jetzt einen Absturz hätte... Nein. Ich habe gerade... Okay. Huh. Sonst hätte es jetzt Tote gegeben. Das kann ich... Sehen Sie da draußen, mein kleiner Teddy der Lobotomie. Ja, Schatz. Da vermisst Sie und das Plitschplatsch Ihre Penisfüße so sehr. Ich kann dir dann Plitschplatsch geben mit meinen Penisfüßen die ganze Nacht. So. Das sieht doch freundlich aus, dieser Komplex. Eingang zur Kuppel der Verbotenen... Mh-hmm. Perfekt. Verdammt. Nächste Entdeckung. Okay. Lass mich rein. Big Empty North Tunnel. Okay. Sehen wir uns das an. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Böser. Böser Roboter. Nicht Aufgaben. Weapon. Christine. Ach, das war das. Soll ich mal zum Spaß hier... Ja, okay. Ich nehme mal Christine. Schleichen bloß fünf und ein bisschen mehr, ne? Und... Keine Ahnung wieso. Rambazamba. Rambaz... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Blaue Lichter. Blaue Lichter. Metallkiste, gib mir deinen Schatz. Verdammt. Neue Waffen braucht das Land. Ist das irgendetwas von Belang oder... Ne, nur Knochenstücke. Wunderbar. Okay, kann ich hier... Rein oder... Das Laserschranken-Tödliche. Oh mein Gott. Es passiert überhaupt nichts. Gott sei... Dank. Ich kann da gar nicht... Das ist... Eine Glasplatte. Okay. Gut. Ja. Genau. Exakt. Super. Okay, ich gehe dann... Durch die Türe. Ja. Lichtschalter. Baby. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe eine Menge gefunden in dieser Episode, YouTube. So ist es nicht. Ja. Ich denke nicht, ihr könnt mir irgendetwas vorwerfen. Ich denke nicht. Ich denke. Und ihr wisst ja, was das bedeutet, wenn ich denke. Gar nichts bedeutet das. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist irgendetwas. Ha. Ach, klasse. Guten Tag. Irgendwie täuscht mich mein Gefühl in letzter Zeit öfters. Oh, oh, oh. Mysteriöse Höhle. Hm. 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 Wie der Name schon sagt, mysteriös. Die sehen wir uns im nächsten Part an. Danke fürs Zusehen, YouTube. Äh, bis zum, äh, nächsten Part, wie gesagt. X8 und X3 und X2 sind ihr Ziel, ein Lobotomid. Können Sie uns hören? Sie müssen sich beeilen. Penis. Ich habe es nochmal gesagt, falls es irgendjemand vermisst hat. Penis. Old World Penis. Tschüss, YouTube. Tschüss.